Black Friday, ursprünglich mal ein Aktionsrabattetag. Mittlerweile fast schon eine ganze Woche, die am sogenannten Cyber Monday endet und Kaufrausch suggeriert. Überall Megaprozente auf Fernseher, Computer, Smartphones, vor allem Elektronikware und vieles mehr. Besonders Online-Händler setzen auf die Black Friday-Magie. Die Aktionstage Black Friday sind entscheidend für den Handel. Es wird mehr Geld ausgegeben und es ist mittlerweile ein wichtiger Zeitpunkt, um das Weihnachtsgeschäft dann auch vorzubereiten. Das werden wir dieses Jahr umso mehr. Es wird weiterhin verstärkt online gekauft. Mit 4,9 Milliarden Euro Umsatz rechnet der Handelsverband Deutschland am Black Friday und Cyber Monday. Das wären 27 Prozent mehr als im Vorjahr. Ob ein Schnäppchen wirklich ein Schnäppchen ist, darüber sollte sich jeder im Vorfeld informieren. Mit Preiskompass und auf Vergleichsportalen raten Verbraucherschützer. Aus unserer Erfahrung sind die Rabatte oft nicht genauso hoch, wie sie ausgewiesen werden. Das liegt daran, dass die Händler eben oft mit dem unverbindlichen Preis vergleichen und zudem ist die Ware in der Regel gar nicht im Laden gewesen. Als Kunde hilft es, cool zu bleiben, weil bei begehrten Produkten vor allem im Internet häufig Schnäppchenfallen drohen. Die Maschen sind eigentlich relativ einfach zu durchschauen. Entweder läuft der Warenkorb innerhalb von beispielsweise zehn Minuten ab und dann ist die Ware möglicherweise weg. Oder mir wird suggeriert, es sind vielleicht nur noch zwei oder drei Stück da, deswegen muss ich jetzt schnell zugreifen. Lieber nicht Fachleute raten, nicht unter Druck setzen lassen beim Rabatte shoppen und vor allem nie mit Vorkasse bezahlen.